Hallo, wie man Geld geben kann. Ich habe es schon mal gesehen. Ja, ja, es geht, es geht. Ja, wie geht es? Aber du kannst alles im Spielcharakter, kein Gegenwärtig, kein Geld geben. Oder Bargeld auch der besten Job teilen. Es geht nur von einem Überfall oder Kissen und so. Es geht gar nicht weiter. Es geht bei Job. Doch, weil ich habe auch nicht gut gesehen, wie man. Warte noch nicht. Weil ich bin voll breite. Weil ich bin breite. Also, geh mal schnell dein Auto verkaufen. Oder keine Ahnung. Weil hier hat es 1000 von meinem Freund. Und hier kann man voll bis zu drüben. Aber mein Auto ist alle nur für 1000 oder weniger wert. Warte, bitte. Mein Auto ist nur für 1000 oder für 1000 wert. Und hier sind die halbe Gründe. Tuning. 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 Also nur das eine vorderen Binder, das Börse da, lag Tuning und uns versichern lassen, glaube ich. Kein Motor Tuning oder so gekriebe? Nee. Wieso? Wieso? Ja, dann kannst du das auch zu teurer verkaufen. Wenn ich zum Beispiel ein bisschen das Auto jetzt verkaufe, bin ich doch jetzt 40.000. Oder weil ich da Turbo Tuning habe, Betriebe, Motor, alles habe ich hier drin in dem Auto. Aber es ist geil auf dem Auto, nicht gefakt, oder? Soll ich jetzt verkaufen gehen, oder? Hä? Soll ich jetzt verkaufen gehen, oder? Wie du willst. Aber komm, wir können gehen gehen. Dann trenne ich mich von meinem Auto. Ja, geh dein Auto verkaufen, ich vermute dich. Das heißt, mein Auto sind alle gleich, ich glaube nicht, alle gleich. Warum, Mann? Aber mein Auto will nicht. Was ist hier? Was ist hier?